Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten. Herzlich Willkommen bei Rockbauer TV. Hey, das war bei Acromap Multiplayer Projekt. Mit dem Grüßen mit mir und zu Folge Nummer 34. Hallo Leute. Jetzt weiß ich was ich noch machen wollte. Ich wollte noch einen Kudi richten, dass ich mir die Folgen durchstreichen kann. Ah, gegebenerweise, jetzt beim ersten Versuch lässt sich bei mir auch die Multe auch nicht Probleme. Guck an. Aber gestern überhaupt nichts. Ja schon gut, auch gut, dass funktioniert. Ja, ja, weil ich bin zu, weil ich bin zu wechseln die Multe zum abholen. Und so. Du hast schon ein Aufgabengebiet. Wie gesagt, ich bin im Wald und mache Holz und da kriegt mich gar keiner raus. Ja, ja, ist klar. Nein, wenn ich da einen Zug voll ist oder so, brauchst du dich nur melde. Ja, ja, sowieso. Ja, da sag ich schon Bescheid. Das ist die Idee. Ich will jetzt noch so drei, vier Bäume fällen oder fünf. Und dann tue ich mal mit dem Vorwater laden, dass ich da mal eins auf den Raum verschmeißen. Und dann, wenn ich den Dienst geholt habe, hier jetzt vom Sob werde ich bitte mal eine Ladung Biogas transportieren. Ja, ja, ja. Weil von dem haben wir zur Zeit so 160 Tonnen so was. Ja, ja, stark gemacht. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Das ist schon mal passiert. Das habe ich es auch noch nie erlebt. Was? Ja, beim Entascht hat das noch ein Ascht dran geblieben. Ja, ja. Ja, gut, das ist die Kettensäge. Aber du musst schon mit der Kettensäge dran. Ja, das ist lustig. Sag ja, ist ein Ascht vorhanden? Funktioniert die URL-Script nicht. Ja, das ist klar. Nein. Im Simple Player habe ich das extrem oft erlebt. Das ist ein Ascht für etwas vorhüblich bleibt. Ja, da kann ich mal reinsteigen, damit wir weitergehen. Ja, klar ist kein Thema, solange es funktioniert. Ja, sicher. Ja, sicher. Nein, wie gesagt. Mit der L.A. Mit dem neuen Zimmer fahre ich dann auch ungefähr ein halbes Jahr, bis ich mit dem Ascht bin, organisieren werde. Ja, gut, okay. Wie gesagt, ich habe das Collectors Edition jetzt vorbestellt. Das wird kommen dann. Und ja, ich bestelle mir dann noch ein normales Spiel, weil die Collectors Edition werde ich eigentlich beinahe. Dann haben wir mit dem LS17 genauso gemacht. Und ja, wann ich jetzt die normalen Spiele hole. Ich denke mir, vielleicht so gegen Dezember, gegen Weihnachten. Aber dieses Jahr hole ich vielleicht schon noch. Nein, nein. Nein, die erste Zeit meine Abfahrt gefällt. Gerade zuerst. Das habe ich hier beim 15er aufgesetzt. Weil wie gesagt, du musst erst mal checken, äh, äh, funktioniert dein System auf dem Computer. Und da habe ich ein bisschen Bedenken. Und deswegen, äh... Nein, ich eigentlich nicht. Weil da hat mir eigentlich... 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 Weil da hat mir damals... Eigentlich der Daniel so noch gemacht. Weil ich ihm das beschrieben habe, meine Systemdienst. Und da hat er einem zu früh beschrieben. Ja, ja, ich darf... Ich darf es dir gerne Gedanken machen. Aber... Aber fahrt muss man ab. Wie gesagt, ich glaub nur, dass ich das sehe. Ich hab dir ja gesagt, dass das ganze Pille-Palle da, wie die Motzen und so, werden sie so erst, äh, zwei Monate später rauskommen. Also... Ja, das ist doch klar. Oder eine gescheite Map mit Produktion, oder die Ammerstadt davor aus, das wird wahrscheinlich sogar erst Januar was. Ja, ja, ich bin überhaupt so früh. Weil es ist der Dienst bei der... Bei der... Bei der... Bei der Ammer von... Von Bergmann. Und der... Der Ante war auch sieben Monate nicht dabei. Mhm. Nein, aber... Pass nur auf. Jetzt die letzte paar Wochen. Wenn... Wenn die Motoren noch rausfliegen sind, sind schnell. Weil... Weil ich... jajaum, möchte hier noch dabei sein beim letzten Kapitel von Los 17 und da gehe ich davon aus, dass ich die nächste Zeit aufsammeln werde, die Motores und so. Ja, das würde ich ja schon raus machen. Wenn ich überchecke, was hast du schon? Ja, 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 die Mates, falls mich so interessieren, die hab ich mir schon lange gesichert auf dem Stick. Na gut, okay, jetzt muss ich noch ein paar Stück weitergemacht und so wie es wird, das war bei Agro in Deutsch. Also klar, logisch, die musst du wirklich sichern, wenn die was nicht mehr finden. Ja, gut, na. Aber da bin ich mir sicher, gibt es einige, was ja im Hohenzimmer nicht mehr auftaucht. Weil im Mittelfall wirklich in jeder Zeit die Nase voll hat und der ganze Scheiße und die Idioten. Was ich einbilde, ja, das ist mein Modus vorstinkt, laut und so weiter. Ja, warte mal so, was da geht. Hm? Ob der Kinder da drüber anfängt. Ja, das mit Sicherheit. Da geht mir den Mann vorstinkt, was das 달 ist. Da geht mir den Mann vorstinkt, was das radius. Ja. Ja, wunderbar! Auch nicht bekomme Klemmen! Mh, aufgehört. ja 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 ich glaube es ist noch eine blauenstange hm 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 Okay, so dass man die Hand packen kann. Ich komm dich mal besuchen, weil ich bin gerade auf dem Weg zurück in die Sandkruppe. Aber zuerst gucke ich noch schnell da vorbei, bis damit die Betonblöcke aussieht. Nein, das nicht, aber wenn ich schon in der Nähe bin, ist das gleiche Meinen. Hm. 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 Na ja, Beton haben wir mal 24 Tonnen. Und wie sieht da noch aus? Beim Sand sind noch 12 Tonnen. Und da. Hm. Eine Lieferung kann ich da schon wieder mal loswerden. Das heißt, wenn's bei mir und so viel produziert haben würde. Ja, eine Palette ist mal fertig. Ja, das ist klar. Mhm. 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 Ja. Äh. Kaffee das rücken fahrzeug Ich habe hier gebrochen und dann bin ich abstillt. Macht mir eine schöne Aussicht, fällt mir gerade auf. Auf dem Hügel steht. Da ist das Rückfahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie, 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 da ist hier so ein bisschen leer. Ich mach's nicht einfach. Die Scheißkamera drehe rein. Das ist ein Nachteil mit dem Fahrzeug. Das ist so genial, aber wenn du den Kamerawinkel zu spitt stellst, dann, äh, ja, dann... ...dreht sich das Fahrzeug um 180 Grad rum. Mhm. Mhm. Ja, Einzüge macht den. In dieser Scheiß Indoor-Kamera geht man auch ins Sack her. Mhm. So, der ist voll und ab zu zahlen. Mhm, okay. Ja, ganz schnell. Der kann auch kippen, lacht nicht. Jaja. Der kann auch kippen. Mhm. Also... Dass es abnahm, statt keineratem... Abnahm ist... Dann ist wieder scheiße. Und süß mit den Bäumen. Und bei mir auch. Wenn ich den EKW voll, dann sag ich dir Bescheid. Ok. Ich tue nur Gedanken immer auf das Aplatsch. Große Zägewerk, kleine Zägewerk, oder diese zwei Bretterpaletten. Die Leerpaletten, die können sogar. Bretter weg. Nun schmack das rüberfass. Soll das Wasser. Die Leerpalette, die Leerpalette und die Leerpalette, abstehen. Dann eine Kumpelkette. Die Leerpalette, die Leerpalette kommt. Der Leerpalette, die Leerpalette, das andere Papierkarreifen, immer noch nicht mehr đểren. Vielen Dank. 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 Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Hundeknochen da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.